Was ist das Thema Stammfunktionen? Sie ist gleich zu f geteilt durch m, anhand derer man die Geschwindigkeit v sowie auch die Position t des beweglichen Körpers bestimmen möchte. Wir wissen durch die Kinematik, dass die Ableitung der Geschwindigkeit die Beschleunigung ist und die Ableitung der Position die Geschwindigkeit ist. Und wir suchen die Funktion v von t, deren Ableitung diese Beschleunigung a ist. Und sobald wir v von t gefunden haben, suchen wir noch eine Funktion d von t, deren Ableitung diese Funktion v von t ist. Das heißt, wir kennen a und suchen die Funktion v, deren Ableitung a ist. Danach kennen wir v und suchen die Funktion d von t, deren Ableitung v ist. Was also bedeutet, wir suchen eine Stammfunktion von a und auch eine Stammfunktion von v. Im Fall des freien Falles gilt folgendes. Wenn man dieses Produkt g mal t ableitet, dann findet man die konstante Fallbeschleunigung g. g beträgt 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und das ist die Fallbeschleunigung. Das heißt, die Ableitung von diesem Produkt, das ist die Beschleunigung. Also muss dieses Produkt die Geschwindigkeit sein. Und wir erinnern uns aus dem Physikunterricht, v gleich g mal t ist die Geschwindigkeit im freien Fall. Wenn man diese Funktion ableitet, dann rechnet man g halbe mal die Ableitung von t Quadrat, das heißt 2t. Und so findet man g mal t. Und g mal t, das ist die Geschwindigkeit v. Also muss diese Funktion der Zeit die Positionsfunktion sein. Auch daran erinnern wir uns aus dem Physikunterricht, die gefallene Distanz ist effektiv gleich zu g mal t Quadrat halbe. Definieren wir schon mal eine Stammfunktion. Jede Funktion F, für die gilt F' von x gleich f von x, ist eine Stammfunktion von f. Das heißt, jede Funktion F, deren Ableitung f ist, ist eine Stammfunktion von f. Hier haben wir diese zwei Funktionen erraten. Aber wie berechnet man denn allgemein Stammfunktionen? Das nehmen wir jetzt in Angriff. Zuerst einige Beispiele. Nehmen wir mal die Funktion f von x gleich 2x. Es ist nicht schwer herauszufinden, dass 2x die Ableitung von x Quadrat ist. Aber 2x ist auch die Ableitung von x Quadrat plus 1 oder auch von x Quadrat minus 5 oder auch von x Quadrat plus eine beliebige Konstante Zahl. Also eine Stammfunktion von einer angegebenen Funktion ist immer nur definiert einer additiven Konstante nach. Das heißt, bei einer Stammfunktion kann man immer eine beliebige Konstante addieren und die erhaltene Funktion ist immer noch eine Stammfunktion der angegebenen Funktion. Man schreibt das so. Man schreibt ein längliches S. Dann schreibt man die Funktion, deren Stammfunktion man sucht. Und dahinter schreibt man ein dx. Im Moment ist das nur eine Schreibweise für Stammfunktion von 2x. Das ist die Funktion x Quadrat plus eine beliebige Konstante. Bei Stammfunktionen muss man dann immer hintendran plus c schreiben, was manchmal lästig erscheint. Und deshalb schreibt man dann dieses Symbol, das ist das Is-Zeichen, wovon der obere horizontale Strich zum Tilda wird. Diese kleine Welle, das ist ein spanisches Symbol und wird in Spanien als I ausgesprochen. Hier nutzen wir das, um zu sagen, eine Stammfunktion von 2x dx, das ist x Quadrat, eine nach additiven Konstante nach. Achten wir aber auf diese Schreibweise. Es ist nicht dasselbe wie ein Is-Zeichen mit dem Tilda oben drüber. Dieses Symbol bedeutet, ist ungefähr, wie Pi ist ungefähr 3,1416. Dann schreibt man das Is-Zeichen mit dem Tilda drüber. Das Minus mit dem Tilda drüber, das bedeutet, ist gleich einer additiven Konstante nach. Ein zweites Beispiel. Wir suchen eine Funktion, deren Ableitung 3 ist. Man braucht nicht lange zu suchen, um herauszufinden, dass das 3x plus eine beliebige Konstante sein muss. Wir schreiben also Stammfunktion von 3 dx. Das ist diese Funktion 3x plus eine beliebige Konstante. Oder wir schreiben dieses Symbol, das heißt, es ist die Funktion 3x plus eine beliebige Konstante. Wir suchen eine Funktion, deren Ableitung Cosinus ist und finden natürlich sehr schnell den Sinus heraus. Plus eine beliebige Konstante. Wir schreiben Stammfunktion von Cos x dx, das ist Sinn x plus c. Oder wir schreiben, das ist einer additiven Konstante nach Sinn x. Noch ein Beispiel, 1 auf x² plus 1. Wir erkennen sofort die Stammfunktion von diesem Bruch, denn dieser Bruch ist die Ableitung von 8 Tangents. Also Stammfunktion von diesem Bruch, das ist 8 Tangents von x plus eine beliebige Konstante. Wir schreiben, wir schreiben Stammfunktion von 1 auf x² plus 1 dx, das ist 8 Tangents von x plus c. Oder wir schreiben, diese Stammfunktion ist einer additiven Konstante nach, gleich zum 8 Tangents von x. Einige Lehrsätze zu Stammfunktionen. Zuerst einmal, jede stetige Funktion in einem Intervall i hat automatisch eine Stammfunktion in diesem Intervall i. Das heißt, wenn eine Funktion stetig ist, dann hat sie automatisch eine Stammfunktion. Diesen Lehrsatz werden wir bei einem weiteren Thema erst beweisen können. Lehrsatz 2 besagt, wenn eine Funktion Groß f Stammfunktion von Klein f in einem Intervall i ist, dann ist diese selbe Funktion Groß f plus eine beliebige Konstante ebenfalls Stammfunktion von Klein f. Der Lehrsatz ist schnell bewiesen, denn die Ableitung von f plus c, das ist die Ableitung von f plus die Ableitung von c, die von f ist Klein f, weil Groß f Stammfunktion von Klein f ist, und die Ableitung von c ist Null. Und somit finden wir effektiv, dass die Ableitung von f plus c auch Klein f ist, also ist f plus c auch eine Stammfunktion von Klein f. Lehrsatz 3 besagt, zwei Stammfunktionen einer selben Funktion Klein f unterscheiden sich nur durch eine additive Konstante. Was bedeutet, wenn Groß f von x eine Stammfunktion von Klein f von x ist und Groß g von x eine Stammfunktion derselben Funktion Klein f ist, dann unterscheiden diese beiden Funktionen sich nicht sehr, sondern es gibt dann eine konstante reelle Zahl, sodass die eine der Stammfunktionen gleich zur anderen Stammfunktion plus diese konstante Zahl ist. Also, wenn zwei Funktionen Stammfunktion von einer selben Funktion Klein f sind, dann unterscheiden die beiden sich nur durch eine additive Konstante. Diese drei Lehrsätze zusammengefasst ergeben für eine stetige Funktion f in i gibt es unendlich viele Stammfunktionen, die sich jedoch nur durch eine additive Konstante unterscheiden. Zwei Bemerkungen zu den Stammfunktionen. Eine erste Bemerkung zu der Stammfunktion von 1 auf x dx. Das ist einer additiven Konstante nahe Ln vom Betrag von x. Um diese Behauptung zu überprüfen, reicht es, die Antwort abzuleiten, um zu sehen, ob die Ableitung von Ln vom Betrag von x effektiv 1 auf x ergibt. Übrigens, diese Formel ist selbstverständlich nur gültig für reelle x-Werte verschieden von 0. Sonst würden wir ja hier durch 0 teilen. Da x verschieden ist von 0, gibt es zwei Fälle. Entweder die Zahl x ist streng positiv oder sie ist streng negativ. Schauen wir den ersten Fall. Wenn die Zahl x streng positiv ist, dann bedeutet das, dass der Betrag von x dasselbe ist wie x. Also ist Ln vom Betrag von x' dasselbe wie Ln von x'. Und Ln von x' das macht 1 auf x. In dem Falle stimmt also die Stammfunktion. Zweiter Fall, wenn x streng negativ ist. Wenn x streng negativ ist, dann ist der Betrag von x minus x. Und die Ableitung von Ln vom Betrag von x ist dann also die Ableitung von Ln von minus x. Das ist eine Kettenfunktion. Das ist ein Ln von f von x. Die Ableitung solch einer Kettenfunktion, das ist die Ableitung von dieser Klammer, also minus 1, geteilt durch diese Klammer, also minus x. Und minus 1 geteilt durch minus x, das macht auch 1 auf x. Und somit stimmt unsere Stammfunktion in beiden Fällen. Die zweite Bemerkung mag etwas seltsam erscheinen, aber wir werden sie nachher benutzen. Dieses längliche S, f von x dx, das ist ja das Symbol für eine Stammfunktion von klein f. Und wenn man solch eine Stammfunktion ableitet, das bedeutet, man leitet die Stammfunktion groß f von x ab, dann findet man ja klein f von x. Das ist die Definition selbst einer Stammfunktion. Behalten wir hier symbolisch gesehen die Ableitung solch einer Stammfunktion ergibt genau das, was hier drin steht, was hier steht zwischen dem länglichen S und dem dx. Nochmal, die Ableitung von solch einer Stammfunktion ergibt das, was hier drin steht, f von x. Kommen wir jetzt zu sämtlichen Stammfunktionen, die wir eigentlich schon kennen, weil wir sehr viele Ableitungen schon kennen. Diese evidente Stammfunktion, Stammfunktion von 0 dx, das ist eine Konstante. Warum? Weil die Ableitung einer Konstante immer 0 ergibt. Die Stammfunktion von c dx, das ist eine additiven Konstante nach c mal x. Warum? Weil die Ableitung von c x c ergibt. Stammfunktion von x dx, wir wissen, dass die Ableitung von x² 2x ergibt. Und wenn man dann hier noch durch 2 teilt, dann ist die Ableitung von x² halbe 2x halbe, also x. Diese Stammfunktion hat man schnell geraten. Stammfunktion von x dx ist eine additiven Konstante nach, x² geteilt durch 2. Eigentlich müsste man sagen, die Stammfunktionen von x sind einer additiven Konstante nach, alle gleich zu x² halbe. Man sagt trotzdem, die Stammfunktion von x dx, das ist x² halbe. Natürlich eine additiven Konstante nach, wohl wissend, dass es unendlich viele solche Stammfunktionen gibt. Man sagt trotzdem, die Stammfunktion. Schauen wir jetzt die Stammfunktion von x² dx. Mit ein bisschen Rätseln findet man schnell, dass das x hoch 3 Drittel sein muss, weil die Ableitung von diesem Bruch, das ist die Ableitung von 1 Drittel mal x hoch 3, also 1 Drittel mal die Ableitung von x hoch 3, die 3x² macht, mal 1 Drittel macht x². Und so stößt man sehr schnell auf diese Formel. Stammfunktion von x hoch m dx ist einer additiven Konstante nach, x hoch m plus 1 geteilt durch m plus 1. Und diese Formel ist gültig für egal welche rationale Zahl m. Nur darf m eben nicht minus 1 sein, denn dann würden wir ja hier durch 0 teilen. Also der Wert minus 1 für m wird ausgeschlossen. Eine weitere direkte Stammfunktion, Stammfunktion von sin x dx, das muss minus cos sein. Vorsicht hier, die Ableitung von cos ist minus sin, also ist die Ableitung von minus cos minus sin, also sin. Vorsicht mit diesem Vorzeichen. Stammfunktion von cos x dx, das ist sin x, weil die Ableitung von sin x ja cos x ist. Dann schauen wir noch beim Tangens. Stammfunktion von 1 auf cos² von x dx, das ist Tangens von x, weil die Ableitung von Tangens ja diesen Bruch ergibt. Natürlich gilt das nur für x-Werte verschieden von pi halbe plus kpi, wo k eine ganze Zahl ist. Eine weitere bekannte Stammfunktion ist diese da. Die Stammfunktion von diesem Bruch, dx, das ist arg sin von x, weil die Ableitung von arg sin diesen Bruch ergibt. Das ist natürlich nur gültig für x-Werte, die streng zwischen minus 1 und 1 liegen. Die Stammfunktion von minus 1 auf diese Quadratwurzel dx, das ist arg cos sin von x, weil die Ableitung von arg sin diesen Bruch ergibt. Das Ganze wieder nur gültig für x-Werte streng zwischen minus 1 und 1. Stammfunktion von 1 auf x² plus 1 dx, das ist arg Tangens von x. Das stimmt für alle reellen x-Werte. Stammfunktion von e hoch x dx, das ist natürlich e hoch x. Stammfunktion von a hoch x dx, wir wissen, dass die Ableitung von a hoch x ln von a mal a hoch x ergibt. Also müssen wir diese Funktion noch durch ln von a teilen, um die Stammfunktion von a hoch x zu finden. Denn wenn wir das hier ableiten, dann finden wir effektiv a hoch x. Die Stammfunktion von 1 auf x, das ist ln vom Betrag von x, das haben wir eben bewiesen. Und durch diese Formel erhalten wir auch sofort die Stammfunktion von 1 auf x mal ln von a. Das ist der Logarithmus mit Basis a vom Betrag von x. Wie berechnet man solche Stammfunktionen, wenn man sie nicht auswendig kennt? Dazu nehmen wir jetzt 5 Primitivierungsregeln durch. Eine Stammfunktion berechnen nennt man auch primitivieren. Auf Französisch nennt man eine Stammfunktion in primitive. Daher dieses Wort primitivieren. Eine erste Regel, Stammfunktion einer konstanten Zahl mal f von x dx, das ist diese konstante Zahl mal die Stammfunktion von f von x dx. Und wieder sieht es hier so aus, als flöge diese multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Da scheint das Schicksal der multiplikativen Konstanten zu sein, die fliegen immer raus. Das war schon bei Grenzwerten so, das war schon bei Ableitungen so, jetzt ist es auch noch bei den Stammfunktionen so. Schauen wir das noch schnell nach in zwei Beispielen. Stammfunktion von 7x hoch 3 dx. Die 7 multipliziert und ist konstant. Durch diese Formel fliegt die also raus. Sie steht jetzt vor dieser Stammfunktion und diese Stammfunktion, das macht x hoch 4 auf 4. So, ein zweites Beispiel. Wir suchen die Stammfunktion von e hoch x halbe dx. e hoch x halbe, das ist dasselbe wie ein halbes mal e hoch x. Diese Zahl ein halbes ist konstant und sie multipliziert. Also fliegt sie durch diese Formel aus der Stammfunktion raus und jetzt bleibt nur noch diese Stammfunktion zu berechnen. Die brauchen wir aber nicht zu berechnen, weil wir sie kennen. Das ist die Funktion e hoch x selbst. Man kann die Antwort so stehen lassen, man kann es aber auch in diese Form bringen. Um zu beweisen, dass diese Formel stimmt, reicht es, diese Antwort abzuleiten und wenn die Ableitung der Antwort das ist, was hier drin steht, dann ist die Formel bewiesen. Das war unsere zweite Bemerkung von vorhin. Also nehmen wir diese Antwort und leiten sie ab. Bei der Ableitung fliegen multiplikative Konstanten raus. Also dieses c mal setzt sich vor diese Ableitung und jetzt bleibt hier noch die Ableitung von dieser Stammfunktion. Ja, das ist das, was da drin steht. Also das, was hier bleibt, das ist f von x. So, und somit finden wir effektiv das, was hier drin steht. Die Formel ist bewiesen. Zweite Primitivierungsregel. Die Stammfunktion einer Summe oder auch einer Differenz entspricht der Summe oder Differenz der einzelnen Stammfunktionen. Bei Plus und Minus darf also zerstückelt werden. Auch das schauen wir uns in zwei Beispielen an. Stammfunktion von dieser Summe, das ist die Summe der zwei Stammfunktionen laut dieser Formel. Stammfunktion von x², das ist x hoch drei Drittel. Bei dieser Stammfunktion fliegt die 5 als multiplikative Konstante raus. Dann bleibt noch Stammfunktion von x dx. Das macht x² halbe. Und fertig. Ein zweites Beispiel. Stammfunktion dieser Differenz. Das ist laut der neuen Formel hier die Differenz der einzelnen Stammfunktionen. Und hier gibt es nichts mehr zu rechnen, denn diese da kennen wir. Das ist ln vom Betrag von x. Und diese kennen wir auch. Das ist 8 Tangents von x. Also fertig. Wenn man diese Funktion ableitet, dann findet man das, was hier drin steht. Beweisen wir diese Formel. Mit genau derselben Überlegung, wenn wir diese Antwort ableiten und das finden, was hier drin steht, dann ist ok. Also nehmen wir diese Antwort und leiten die ab. Das ist die Ableitung einer Summe oder einer Differenz. Bei Plus und Minus darf für Ableitungen zerstückelt werden. Also ergibt das die Ableitung dieser Stammfunktion, das heißt f von x, plus minus die Ableitung von dieser Stammfunktion, das heißt g von x. Hier finden wir also als Ableitung dieser Antwort, f von x, plus minus g von x, das ist genau das, was hier drin steht, was zu beweisen war. Eine dritte Primitivierungsregel, das ist das partielle Primitivieren, schrittweise Primitivieren. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bei Plus und Minus darf man, wie gerade bewiesen, zerstückeln. Aber die Stammfunktion von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der Stammfunktionen. Und die Stammfunktion von einem Bruch, das ist nicht der Bruch der Stammfunktionen. Vorsicht, Vorsicht, aber was macht man dann, wenn man ein Produkt oder einen Bruch hat? Das folgt in den drei weiteren Verfahren. Das erste der dreien ist das partielle Primitivieren. Das funktioniert wie folgt. Wenn man die Stammfunktion von einem Produkt von zwei Funktionen sucht, wovon die eine eine Ableitung ist, dann kann man das schrittweise so machen. Man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen aber ohne Prim, kein Prim da, minus Stammfunktion vom Produkt der beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Diese Formel erscheint sonderbar. Denn am Anfang sucht man die Stammfunktion vom Produkt zweier Funktionen, von denen eine eine Ableitung ist. Und am Ende bleibt dann trotzdem noch eine Stammfunktion zu berechnen vom Produkt von zwei Funktionen, von denen eine eine Ableitung ist. Zwei Beispiele dazu. Erstes Beispiel. Wir haben Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, die x. Vorsicht! Stammfunktion vom Produkt, das ist nicht das Produkt der Stammfunktionen. Auch wenn man Tendenz hat, hier zu rechnen, Stammfunktion von x dx mal Stammfunktion von e hoch x dx, das wäre falsch. Wir werden versuchen, diese Formel einzusetzen. Und dazu brauchen wir aber ein Produkt von zwei Funktionen, in dem einer der Funktionen eine Ableitung ist. Die Funktion e hoch x ist ihre eigene Ableitung. Also können wir diese Stammfunktion in genau diese Schreibweise bringen. Wir haben das Produkt von zwei Funktionen und in diesem Produkt ist eine der Funktionen eine Ableitung. Die Formel besagt, man rechnet das Produkt der zwei Funktionen ohne Prim, also schreiben wir x mal e hoch x ohne Prim. Und dann sieht man davon ab, Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, f von x und g von x, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere Funktion hüpft. Also erhalten wir hier x mal e hoch x minus Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft, also x Prim. x Prim ist 1, so bleibt noch Stammfunktion von e hoch x zu berechnen. Da gibt es aber nichts zu rechnen, denn wir wissen, dass das e hoch x ist. Und fertig. Wir haben also so die Stammfunktion finden können. Man kann es immer überprüfen, indem man die Antwort ableitet. Wenn man dann x mal e hoch x findet, dann ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ein zweites Beispiel. Suchen wir Stammfunktion von ln von x dx. Vorsicht, das ist nicht ln mal x, das ist ln von x. Normalerweise müsste das x zwischen Klammern stehen. Bei solch einer Funktion schreibt man die Klammern aber nicht. Hier haben wir also gar kein Produkt. Wir haben doch ein Produkt, weil ln von x ist dasselbe wie ln von x mal 1. Wir sind es gewohnt, die 1 so zu schreiben. Man kann sie aber auch schreiben in der Form x Prim. Denn x Prim, das macht 1. Und jetzt sind wir in der Situation, wir haben das Produkt von zwei Funktionen, von denen eine eine Ableitung ist. Formel. Man schreibe das Produkt der beiden Funktionen ohne Prim, also x mal ln von x. Ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal dieses Prim auf die andere hüpft, dann macht das hier also x mal ln von x minus Stammfunktion von, das Prim springt hier rüber, dann wird das ln Prim von x und die Ableitung von ln x, das macht 1 auf x. Diese beiden Zahlen x können wir kürzen und so bleibt Stammfunktion von 1 gegen x und das ist x. Auch diese Stammfunktion konnten wir so schrittweise berechnen. Warum partial? Warum schrittweise? Weil man zuerst eine Stammfunktion ein bisschen umschreibt. Und dann muss man noch diese zweite Stammfunktion berechnen. Man macht das also in zwei Schritten. Um diese Formel zu beweisen, gehen wir wieder so vor. Wir nehmen die Antwort, leiten diese Antwort ab. Wenn die Ableitung das ergibt, was hier drin steht, dann ist okay. Also leiten wir diese Antwort ab. Das ist zuerst einmal die Ableitung einer Differenz. Das ist die Differenz der Ableitungen. Und diese erste Ableitung, das ist dann die Ableitung von einem Produkt. Es ist f mal g Prim. f Prim g plus f g Prim. So stoßen wir dann auf diese Ableitung minus die Ableitung von dieser Stammfunktion. Die Ableitung von einer Stammfunktion, das ist das, was da drin steht. Also ist das f von x mal g Prim von x steht da. Und nun stellt man fest, dass dieser Term genau gleich ist wie dieser da. Nur der zweite ist entgegengesetzt. Somit sind die beiden weg. Es bleibt also noch f Prim von x mal g von x. Das ist genau das, was hier drin steht. Also ist die Formel bewiesen. Ein viertes Verfahren, das Substitutionsverfahren. Auch hier nochmal Vorsicht, Vorsicht. Das Substitutionsverfahren funktioniert so. Sieht kompliziert aus, soll aber nicht abschrecken. So schwierig ist es wirklich nicht. Es sieht nur am Anfang so aus. Hier haben wir Standfunktion von einem Produkt. Das Produkt ist aber so, dass der zweite Faktor die Ableitung von einem Teil des ersten Faktoren ist. Also wir haben hier ein Funktionsteil u von x und die Ableitung von diesem Funktionsteil multipliziert dahinter. Die Formel besagt, man rechne die Stammfunktion von f von u, du und sobald man die gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Wer hier nichts verstanden hat, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist eigentlich normal. Zwei Beispiele werden helfen und man wird schnell verstanden haben. Hier haben wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen. Hier sehen wir diese Klammer. Und die Ableitung von dieser Klammer x² plus 1, das ist genau 2x-Faktor, der dahinten multipliziert. Dann stellt man den Funktionsteil, dessen Ableitung dahinten multipliziert. Diesen Funktionsteil nennt man u. Das u von x ist also hier x² plus 1. Jetzt leiten wir diese Funktion von x ab gegenüber der Variablen x. Die Ableitung von u gegenüber der Variablen x, das ist natürlich 2x. Und diese Ableitung von u schreiben wir jetzt, wie der deutsche Wissenschaftler Gottfried Leibniz, in diese Form. Es ist die Ableitung von u gegenüber der Variablen x, so schreibt man die Ableitung von u von x. Und das macht jetzt 2x. Und jetzt behandeln wir diesen Bruch wie einen ganz gewöhnlichen Bruch und dürfen dieses dx, das Linksteil, rechts rüber setzen, wo es multipliziert. So geht man mit sogenannten Differenzialen um. Jetzt schauen wir die Stammfunktion, die wir berechnen müssen und jetzt substituieren wir. Substituieren bedeutet ersetzen. Dieses x² plus 1 ersetzen wir durch u, weil es ja u ist. Und diesen Block 2x dx, den ersetzen wir durch du, weil dieser Block 2x dx ja gleich ist zu du. Wir nehmen diese Substitution vor und haben dann folgendes. Es bleibt Stammfunktion von u hoch 3, steht da, mal 2x dx, das ist du. So bleibt nur noch die Stammfunktion von u hoch 3, du. Und diese Stammfunktion, das macht u hoch 4, Viertel. Und sobald man diese Stammfunktion u hoch 4, Viertel gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Hier drin ersetzen wir also dieses u durch x² plus 1 und haben die Stammfunktion dieser Funktion da gefunden. Wer es nicht glaubt, man leitet das hier ab, wenn man das findet, was drin steht, ist okay. Man findet das, was drin steht. Ein zweites Beispiel. Ein wenig Trigonometrie. Auch hier sehen wir das Produkt von zwei Funktionen. Nochmal. Vorsicht. Vorsicht. Wir sehen hier den Funktionsteil x hoch 3 und hier multipliziert genau die Ableitung von diesem Funktionsteil x hoch 3. Also nennen wir den Funktionsteil, dessen Ableitung da multipliziert, den Funktionsteil nennen wir u. Jetzt rechnen wir die Ableitung von u gegenüber der Variablen x und schreiben das wie Leibniz du auf dx. Das ist die Ableitung dieser Funktion u gegenüber der Variablen x. Das ist 3x². Und diesen Nenner dx dürfen wir rechts rüber setzen. Dann multipliziert er da. Und jetzt substituieren wir Stammfunktion von dieses 3x² mal das dx da hinten. 3x² dx. Das macht du. In der Stammfunktion selbst bleibt also nur noch Sinus von u. x hoch 3 ist ja u. Also bleibt da Stammfunktion von Sinus u du. Stammfunktion von Sinus u du, das ist Minus Cosinus von u. Und sobald man die Stammfunktion mit u gefunden hat, ersetzt man dieses u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also ersetzen wir hier drin einfach u durch x hoch 3 und fertig. Jetzt versteht man die Formel bestimmt etwas besser. Wir werden sie jetzt sofort beweisen. Und zwar nehmen wir diese Antwort und leiten die ab. Wenn wir das finden, was hier drin steht, dann ist richtig. Diese Stammfunktion von f von u du, das ist ja ein Groß-F von u. Wenn Groß-F die Stammfunktion von klein f ist. Also diese Stammfunktion schreiben wir jetzt mal in Groß-F von u. Aber dieses u ist ja u von x. Also ist das die Stammfunktion Groß-F ausgedrückt bei u von x. Und die sollen wir jetzt ableiten. Das ist die Ableitung einer Kettenfunktion. Um die abzuleiten, leitet man zuerst einmal die Funktion Groß-F ab. Drückt sie aber nicht mit x, sondern mit u von x aus. Und dann ist das Ganze noch zu multiplizieren mit der Ableitung von u von x. Also wir leiten zuerst Groß-F ab. Drücken die Ableitung aber nicht mit x, sondern mit u von x aus. Das ist ja gemacht. Und dann wird das noch multipliziert mit der Ableitung von dem u von x. Aber die Ableitung von Groß-F, das ist doch klein f. Also erhalten wir klein f von u von x mal u Prim von x. Das ist genau das, was hier zwischen steht. Also ist die Formel bewiesen. Ein fünftes Verfahren. Wenn es um rationale Funktionen dieser Art geht. Ein Binom ersten Grades geteilt durch ein Binom ersten Grades. Um solch eine Stammfunktion zu berechnen, verwandelt man diesen Bruch zuerst einmal in solch eine Summe. Es ist eine Zahl q plus eine Zahl r geteilt durch diesen Nenner. Wir sollen so einen Bruch in diese Form bringen und danach geht es praktisch von alleine. Ja, schauen wir mal in einem Beispiel. 4x plus 1 auf 2x minus 3 und wir suchen eine Funktion, deren Ableitung das da ist. Wir haben effektiv Stammfunktion dieser Art. Also sollen wir zuerst einmal diesen Bruch in diese Form bringen. Das macht man durch Polynom-Division, indem man den Zähler durch diesen Nenner schriftlich teilt. So. Und da vergisst man schon mal, wie es funktioniert. Wenn man es vergessen hat, ist nicht weiter schlimm. Dann überprüft man es mal, wie man es damals in der Primarschule machte. 22 geteilt durch 7. Womit muss ich die 7 multiplizieren, um da ran zu kommen? Ja, mit 3. Die 3 wird mit der 7 multipliziert und das Produkt schreibt man dann hier unter dieser 22. Sobald man das Produkt gefunden hat, nimmt man es entgegengesetzt, minus, und dann wird addiert. 22 plus minus 21 macht 1. Wir machen hier genau dasselbe und stellen uns die Frage, womit muss ich das multiplizieren, um da ran zu kommen? Ja, mit 2. Dann schreibt man die 2 dahin. Jetzt multiplizieren wir. 2 mal 2x minus 3. Das macht 4x minus 6. Und genau wie da, sobald man das Produkt gefunden hat, nimmt man hier alles entgegengesetzt. So. Ist gemacht. Und dann addiert man. Die 2 ersten Terme, die verschwinden immer. Sonst hat man da schlecht gearbeitet. Hier wird dann noch addiert 1 und 6. Das macht 7. Wie ist die Division zu deuten? Genauso wie diese Division zu deuten ist. Diese Division bedeutet ja, 22 Siebtel, das macht 3 Ganze plus 1 Siebtel. Also so. 22 Siebtel macht 3 Ganze plus 1 Siebtel. Diese Überlegung übertragen wir in diese Polynom-Division und stellen schnell fest, 4x plus 1 auf 2x minus 3. Das sind dann diese zwei Ganze plus Rest 7 geteilt durch den Teiler. 2x minus 3. Hier kann man übrigens einen kleinen Test vornehmen. Man macht diese zwei Brüche hier gleichnamig und addiert dann die Zähler und stellt effektiv fest, diese Summe ergibt diesen Bruch. Also, wir suchen diese Stammfunktion. Darin können wir diesen Bruch durch diese Summe ersetzen. Tun wir das. Ist gemacht. Stammfunktion von einer Summe, das ist die Summe der zwei einzelnen Stammfunktionen. Die Stammfunktion von 2dx, das macht 2x und fertig. Jetzt hier die Stammfunktion von 7 auf 2x minus 3. Hier ist ein Funktionsteil und die Ableitung von diesem Funktionsteil, das macht 2. Wenn wir diese zwei da oben hätten, dann bräuchten wir nur noch die 7 rauszuwerfen als multiplikative Konstante und dann könnten wir per Substitution vorgehen. Genau das werden wir machen. Wir werden dafür sorgen, dass da oben eine 2 multiplizieren. Wir schreiben also die 7 mal 2, aber dann haben wir was geändert. Dann machen wir eben mal ein halbes. Dann haben wir nichts geändert. Und 7 mal ein halbes schmeißen wir als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. So. Jetzt können wir hier per Substitution vorgehen, indem wir diesen Nenner gleich u stellen. u ist gleich zu 2x minus 3. Dann ist du geteilt durch dx also 2 und somit ist du 2 mal dx. Die Substitution ist bezüglich dieser Stammfunktion. Und zwar haben wir da Stammfunktion von 2dx, das ist du. Und oben steht dann 2 mal 1 und die 1 geteilt durch 2x minus 3, das ist 1 auf u. Wir rechnen also jetzt die Stammfunktion von 1 auf u, die u. Die kennen wir. Das ist ln vom Betrag von u. Schreiben wir es hin. Da wir die Stammfunktion gefunden haben, ersetzen wir jetzt u durch das, was es ist und haben somit eine Stammfunktion von diesem Bruch gefunden. Man kann es immer überprüfen, indem man die Antwort ableitet. Man muss eben hier den Unterschied machen zwischen 2x minus 3 streng positiv. Dann fallen die Betragsstriche weg und werden einfach durch Klammern ersetzt. Dann kann man ableiten. Und wenn 2x minus 3 streng negativ ist, dann fallen die Betragsstriche weg, indem man schreibt ln von 3 minus 2x. Das leitet man dann ab und findet wieder diesen Bruch. Das waren 5 Verfahren, um Stammfunktionen zu berechnen. Es gibt selbstverständlich noch viele andere Verfahren, die aber in den höheren Studien durchgenommen werden.